Moin Leute, jetzt kommt zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2 Ja, 3 Runden oder 2, na 2, 3 Runden wenn ich spielt Und ja Hm, was soll ich jetzt mal sagen Ich bin einfach gespielt als Gameplay Und wir setzen dazu die Waffen des Imperiums ein Ich wollte die Viecher schaden, was denn wo denn Bei deinen Fogen auf einmal raus Ok Äh, run for, run Warum ist die Rot jetzt auf hier? Egal Noll Ok Scheiße Knapp aber Nice, erster Äh Alles klar, danke Ich bin mir egal Jetzt halt nur noch die Personen finden Ahoy Aber hier unten Alter, hier ist ja keiner Und ich lauf wie der lahmste Bastard auf Raaaaaah Erdn Puh, alles, das brauch echt lang jetzt Nice Reisen auf den Hauptcomputer zu! Aktion 9 Sie wissen wo ihr seid Sie werden mit allem kommen was Sie haben Nice, bis ich mich richtig zerstört Unsere Verbindung zum Hauptcomputer wurde unterbrochen Ich seh's nicht Scheiß Baum Im Kampf Wann einer von denen nicht im Kampf sein? Feindliche Störung Überbruchung des Hauptcomputers abgebrochen Wieso nicht verfügbar? Leck mich Kaum mehr für ihre Interessenztaft Ich übermache die Überbrückung Halt in die Stellung Ähh Ähh Ähh, ja jetzt ist es da durchrennen Das ist doch immer nur Spaß S.C.E. Mechal Nein, jetzt steh ich auch schon wieder um Windspirche Ich hab kein nix zu machen Wart mich sehr mach'n geschützt Ich habe Zugriff auf die Steuerung der Kampfläuferstation Renn, 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 renn Mach viels Schade Das wär aber fast ein Kittel Leider hab ich's denn noch nicht gekommen Hm Was war noch? Steirung der Kampfläuferstation gesichert Oh, ich will doch eine Sache machen Im Kampf, warum ist er im Kampf? Na, ich warte jetzt Ah ja, heftiger Kampf Holy fuck Ich merke Dass du jetzt nicht gleich stirbst Unterstützungsfeierbereich Okay Na, schade Ich konnte mir das bissl absahnen Ja, 100 Also ein Tod, fertig Ah, ich hab eigentlich nicht fallen Das ist irgendein imperialer Spezialagent Schnell durch einfach Dann könnte ich Dann könnte ich Ah, sterben ist nun mal vorbei Ah Wie eine Überbrückung der Kampfläuferbucht Maul Maul Maul, du Bastard Maximalernzeit Ach komm Ich muss schon mal schlässlich sein Maximalernzeit Äh, wer von denen hat drei Leute Kampfläufer geht online Äh, von denen kann ich nix nutzen Ja Ja Hauptsysteme online Knobi Hier ist General Kenobi Ich bin vor Ort und bereite mich auf den Angriff vor Ich bereite mich auf den Angriff vor Vorwärts Und verteidigen die Scheiße Der LPLT ist unterwegs auf heimlichem Basis Bleib bei ihm und diskordiert ihn Ich rechne damit, dass das Imperium und andere Raketen einsetzt wird Boah, das wird spaßig Jam Jam So Mein Geh Tag niederer Todesengel Ich stirb doch alle gerne Die Schlacht ist noch nicht Na 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 Du stirbst auch gerne Deswegen komm ich auch zu dir Deswegen komm ich auch hier Ich habe Pellopatine besucht Wir sollten uns beeilen Na 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 Stirb einfach Nein, nein Boah Hat sie Oh, das glaube ich nicht Ich bin nicht tot Puh, ich bin nicht tot Holy fuck Scheiße Aber gut, Käse gemacht Geht ja immer Jetzt wird es spaßig Was will der machen? Hab ich keine Ahnung jetzt? Ja Werfe Kralate Na, ich geh hoch Na, ich geh hoch Na 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 Okay Na Komm, 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 komm Wo ist er? Ah ja. Kampfläufer an der Schlucht. Kontrollpunkt 1 erreicht. Achso, ne. Die sind ja gar nicht. Ach, schade. Ok. Wer ist das? Imperialer Elite-Campfer eingetroffen. Imperialer Elite-Campfer eingetroffen. So gut. Ah, so lange Grievous noch kommt, sie ist noch im grünen Bereich geführt. Ah, ich glaube das ist Lando. Ok. Ok, also ich werfe mal gleich eine Granate. Weil Gegner überall. Ja, doch. Granate kommt! Ja. Ok, ok, ok. Direkter Träufer beim Kampfläufer! Unterstützungsfeier! Yes! Na, ok. Sie beschädigt recht gut, aber sonst, na. Könnte ich ihn noch nehmen. Schnell ist sie! Er wird zu überleben! Sie diskutieren! Ne kommt... Loll! Das ist wahrscheinlich bis zu dem Sprop. Pumpleifer absorbiert Schaden! Ne kommt... Loll! Ist das wohl die Wästchen? Ah, okay, jetzt kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ah, ja, komm, ja, irgendwas beschädigt, ja, Spiel beschädigt, okay, aber in der Zeit habe ich richtig gut gekämpft, ein paar Küsse gemacht, wenn ich tot bin, kann ich wieder mit einem geilen Held gehen. Ah, ich baller auf, weil das Ding muss Augen wieder umgehen. Okay. Jetzt will ich auch schon wieder ein Arsch lang sein. Okay. Da. Oh. 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 Bündete eingetroffen! Bruh. Ist das zu ernst? Das heißt sie nicht seit dem Weg gestorben. Okay. Granate, komm! Oh ne 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 ne! Schade! Ich habe gut Schaden gemacht. Jetzt muss ich halt warten, bis irgendwer stirbt von denen. Da würde ich vielleicht Anakin spielen wollen oder so. Ähm... Der Kampfwerfer wäre auch geil. Nachkacke. Ähm... Da ist wieder mal... Ach komm. Ist gerade echt jemand gestorben. Ähm... Dann fahre ich... Bugkrieger könnte ich auch machen. Ja, keine Ahnung, also... Kampfläufer schwer beschädigt. Er muss die Basis erreichen. Das darf nicht sein letztes Gefecht sein! Er muss die Basis erreichen! Das darf nicht sein letztes Gefecht sein! Er muss die Basis erreichen! Das darf nicht sein letztes Gefecht sein! Oh ja... Chewbacca... Bursche... Äh... Und so das D... Äh... D... Kampfläufer getroffen! Ähm... Ja, also... Ich muss jetzt leider da spawnen, sonst wird's scheiße. Okay, die Basis... Erreicht... Halt nicht an, Führersgriff 1! Kampfläufer durchbricht Basisverteidigung! Bereit machen für Funtanangriff! Wir sind jetzt zwei im Park, aber eigentlich müssen sie nur noch fliehen! Wir hingegen müssen die Basis abregeln, bevor die ersten Tag mit der Evaprierung beginnen! Kämpft für die Rebellion! Und für die neue Republik! Stellfeuer! Es kann losgehen! Okay, nur diese Sache scheiße sichern. Okay, das ist schon gut, ey. Okay... Ich glaube, wir können uns vorbeischreißen! Ja, okay... Ich finde hier leider keinen... Ich bin... 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 Bei schnappern fliegen. Ich bin... Genau das ist gar nichts. Scheisse... Okay... Kurz warten... Hm... Ich werde doch zum Schluss bitte... ...Skywalker-Spiel... Weil bitte... ...IBT ware... ...Gebt's mir... anxie... ... Was für ein Kenobi eigentlich geil ist? Dann hat jetzt Skywalk aber auch gespielt. Was ist ausgeschaltet? Okay. Okay, okay, okay. Na, 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 na. Was ist das? Nein! Scheiße! Ja, spiel ich Nuki-Krieger mal. Das sind meine Mates sind echt von Arschung. Oh, okay. Um, ja, na, 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 na. Puh, also, die Runde hat ein bisschen lang gedauert. Die Runde hat ein bisschen lang gedauert. Na. Okay, kuck drauf. Wird doch eine Runde sein. Nee, Spaß. Eine Runde kommt noch. Ist mir egal. Punktetechnisch lang zwölf jetzt geworden. Bisschen Geld, Credits, immer gut. Gesamtpunkte, okay. Ist sogar besser als gedacht. Kenobi auf eine Stufe höher. Skywalker ein bisschen gelevelt. Skyguy. Na. Vierter Perz, General. Dann, wenn ich alle Teams zusammen, dann wäre ich Sechster. Ja, doch Sechster wäre ich dann. Oder? Das hier ist... Ja, doch, ich war Sechster, gut. Okay, ähm. Jakku fliegt sind wir jetzt. Der Friedhof. Okay, ähm. Wir sind normale Soldaten. Okay. Wir sind noch das Imperium. Kai Ren ist am Start. Die Dinger... Tai Eo. Ich kann mich noch nie so richtig gefloben. Doch, bin ich. Ich dachte nett. Okay, ähm. Na. Da wird... Da wird endlich spawnen. Was hab ich ausgerüstet? Hier. Da ist eine geringe Menge an Punkten für jeden Treffer, den du erleidest. Ja, okay. Immer gut. Ja. Vielleicht wird's doch noch gewechselt. Ich schau mal. Na, Kampfer. Nee. Na. Und... Ja. 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 Oh. Okay. Okay. Die Jakubus-Fostoppler haben einen alten imperialen Droiden gefunden. Und der Widerstand für den Unwissing-Karm. Was der Droide enthält, bin ich nicht erlaubt zu sagen. Aber ich würde für die Sicherstellung die ganze Brikade opfern. Wir übernehmen das Frank und werden den Widerstand daran hindern, mit seiner Beute zu fliehen. Was sind das schon wieder für Leute? Mamma mia. Übernehmen die Kontrolle über den Landeplatz. Mal sehen, was das denn kann. Na. Sicherheits kein Draht. Das Geschütz hat mich umgebracht. Kürzen zur Reaktorsteuerung fort. Kapsenposition einnehmen. Wacht, Feuer ausgeladen. Angriffstoffe. Becker, Anrufe. Man. Ich hätte den hier angefasst. Okay. Ähm. Ich könnte gleich was nehmen. Ah. Ich müsste mehr Punkte machen. Das ist. Guck mal. Ja. Was macht die? Meine Mates. Auf uns los. Oh. Oh. Das weiß ich gar nichts mehr. Ach, das ist die Hauptbahnhof los. Ich würde noch mal daran verschen. Aber ich würde schon noch irgendwie CDS oder so spielen wollen. Okay. Geschützt hat mich auch besser auf die Palmen gebracht. Nee. Na gut. Komm noch mal zu Polen. Doch nicht. Nee, Alter. Die Mates ist echt zuerst. Kann ich in einen anderen Trupp gehen? Kann man das überhaupt? Whispower? Na. Soll ich die Left? Oh, Scheiße. Okay. So. So. Vorwärts! Da ist der Feuerschutz! Ja, okay. Kann man sch... äh... Nun nutze ich als erstes mein Schild. Was ist der denn? Ich mähe sie, Neger! Habe ich das richtig verstanden? Hat die das ein Wort gesagt? Ich höre jetzt nicht als Assist-King-Hower. Das hört sich echt so an. Ach, Jedi. Mann, wie so Hacks die. Wir dürfen nicht zögern! Boah. Mein Gott. Der ist im Kampf gesiegt. Ja, Kylo. Hoffentlich schafft er mehr als der Rest, Alter. Das sicher ist, die Runde ist verloren. So. Komm, komm, komm. Stuhl. Na, komm, stop. Danke. Nice. Okay. Schade. Gut Schaden gemacht. 1000 Punkte bekommen. Okay. Ja. Ich freue mich aber nicht. Ich kann nicht noch irgendwas bekommen. Ich kann nicht noch irgendwas bekommen. Ich kann nicht noch irgendwas bekommen. Ich bin echt drauf. Ich bin echt drauf. Ich will dich zu gerne machen. Deswegen komm doch aufh. Die sieben Seite... ist mächlig. Komm. Komm! Bereit! Ah, komm! Ah, scheiße! Und es ist etwas Punkt gemacht mit ihm. Und verloren. Schade. So, das war's in dieser Folge. Leider haben wir verloren. Aber es ist okay. Und meine Maiden sind... Das ist auch geil. Nice. Ich höre mal auf, inisch zu sprechen. Weil ich es hasse. Ja, hier... Punkt, inisch. Wer will, kann sehen. Tschüss, bis dann.